Heute zeigen wir, wie man einen Sitz aus dem BRUX 16 ausbaut. Hier sehen wir die Nieten, mit denen der Sitz befestigt ist. Die entfernen wir, dann können wir den Sitz nach unten rausnehmen. Die Nietenköpfe werden mit einem Bohrer 8 mm entfernt. Den Schaft des Niet bohren wir mit einem kurzen Bohrer 5 mm wieder aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017